Servus Leute, mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video von mir hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Star Citizen und setzen wieder einen unsichtbaren Helm ab. Wow, ich hätte ihn gar nicht erst absetzen sollen. Schade drum, warum der auch immer nicht lädt. Egal, wir waren das letzte Mal ja schon so gut im Arena Commander, dass wir auf Wave 13 gekommen sind. Und das wollen wir heute einfach weiter probieren. Wir können leider immer noch nicht in den Multiplayer. Schade, schade, aber klar. Wir spielen wieder Wundle Swarm. Wir spielen aber diesmal auf Dying Star, denn wir haben das letzte Mal ja schon auf die falsche Tassen gedrückt. Nein, Dying Star Wundle Swarm Launch, danke. Das ist jetzt mal schon auf Broken Moon gespielt. Das müssen wir ja nicht jedes Mal sehen, wir können ja auch gerne mal abwechseln. Ja, wie gesagt, aktuell Pixel Piracy so ein bisschen ausgesetzt und dafür Dying Star, äh Dying Star, Sondern, ähm, Space, Star Citizen, danke, Star Citizen, weil Star Citizen aufnehmbar ist und aus irgendeinem Grund, äh, Pixel Piracy nicht. Pixel Piracy leckt beim Aufnehmen. Ähm, ich verstehe es nicht, warum, aber es tut. Und ich gucke mal, dass ich das Wochenende, das kommende, äh, das fixen kann. Ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann diese Folgen rauskommen, dann habe ich es vielleicht schon gefixt. Mal gucken. Ähm, nur aktuell habe ich einfach auch Bock dann wieder drauf und deswegen, ja. Star Citizen ist jetzt ja auch nicht schlimm, würde ich behaupten. Ach ja, ich wünschte, das Laden würde so schnell gehen wie auf den Rechnern, die die Star Citizen Leute haben. Dann wäre das hier viel schöner. Ah ja, so einen richtig geilen, ultimativ hardcore aufgerüsteten PC wäre schon geil. Aber der kostet dann halt gleich 3.000 Euro. Ach ja. So. Ist da schon Raketenack drauf? Nee, oder? Ähm, ein paar haben gesagt, dass die... 300i-OP wirkt im Vergleich zu der Hornet. Also sei natürlich gesagt, dass die 300i ebenfalls wie die Hornet... Warum lekt man hier das Wort? Ähm, die 300i ebenfalls wie die Hornet ein Kampfschiff ist, mehr oder weniger. Sie ist zwar... Also sie ist nicht für den Cargo gedacht. Sie ist halt ein luxuriöseres Kampfschiff. Ja, wenn die Hornet, die 300i tatsächlich, ähm... Im Multiplayer stärker sein, äh, schwächer sein sollte, äh, die Hornet... Äh, was? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ja, ich stimme vollkommen zu in dem Fall, dass die Hornet... Von den Waffen-Stats her... Also wenn man zwei gleich gute Piloten in ihren Schiffen... Eine 300i und eine Hornet fliegt... Und beide genau die gleich guten Bedingungen haben, ähm... Die Hornet im Vorteil sein sollte. Ein bisschen. Weil die Hornet schlicht und ergreifend halt ein Militärschiff ist. Äh, nichtsdestotrotz sollte die 300i nicht total untergehen. Das heißt, wenn ein... Wenn er ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Skill hat, sollte er natürlich auch der 300i... Äh, Pilot gewinnen. Denn... Es sollte allgemein nicht unbeinanziert sein. Also auch ein Aurora-Pilot sollte gegen einen 300i-Piloten gewinnen können, wenn er das einigermaßen drauf hat. Denke ich mal. Wobei, da es nicht ganz so wichtig ist, da die Aurora eher ein Transportschiff ist... Ähm... Und die anderen beiden Schiffe halt eher die Kampfschiffe sind, also... Wobei die 300i auch gern ein Explorer-Schiff ist. Das kommt auch ein bisschen auf die Spezifikation, an die man da sie holt. Auf die Schiff-Specs übrigens, hat man bei Scott Maynard letztens auch gehört, ähm... Keinen Wert drauf geben. Ich mach auch nicht mehr mein... Äh, ich zeig euch das Spiel, bla bla... Was ich mal vorhatte, die Schiffe, bla bla... Diese Schiff-Vorstellung, die ich da mal laufen hatte. Weil einfach diese Stats komplett random sind und noch gar nichts aussagen. Ich hab ja immer mich gefragt, was diese Stats bedeuten. Inzwischen weiß ich, sie bedeuten gar nichts. Also da steht halt ne Haufen Bullshit und das war's. Ähm... Und deswegen mach ich jetzt auch nichts mehr dazu, weil sonst... Ja, das bringt nichts. Da braucht man sich... Danach braucht man sich gar keine Schiffe ausruhen. Ja, geht weg. Warum schießen die jetzt schon in dieser frühen Wave-Rakete? Was geht denn heute ab? Da fuck. Ja, komm, geh weg. Geh weg. Meine Back-Shields sind kaputt, aber anscheinend. Haben sie danach aufgehört, auf mich zu schießen. Die Cover-Mode. Geh weg. Geh weg. Komm. Weil der schießt ja immer noch auf mich. Wer ist denn das? Dann holen wir uns halt erst mal den. Hätte ich eigentlich viel früher schon machen sollen. Ja, drehe ich jetzt ab. Aha. Pack your systems overheating. Ich sehe meine Steps aufs. Gut, eigentlich so. Also... Ah, gut. So, jetzt greifst du mich an. So, ziemlich mutig von dir. Woah! What the fuck? Komm, 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 komm. Komm. Ja, ja, ja. Weapon System, bla, bla, bla. Alter, WTF. Wie viele Probleme habe ich jetzt gerade in Wave 3? Was geht mit denen? Warum sind die so stark? Hat das Spiel plötzlich aus den 10 zu starken Gegner gespawnt? Oder was geht? Tschüss. Meine Güte. Das ist ja nicht normal. Komm, komm, komm. Geh drauf. Also, jetzt habe ich aber irgendwie gerade echt kein Glück mit den Viechern. Warum war Wave 3 jetzt schon so eine Geburt? Vor allem, wir haben jetzt einfach schon einen harten Schaden. Und die Kabel rein. Und auf der Börne noch ein bisschen nachziehen. Dann passt das schon. Wie viel Schub haben wir noch? Wir haben einen Boost. Gehen wir nicht. Egal. Egal. Wie nah sind wir? Oh, wir sind schon mal genug dran. So. Komm, ja. Wow. Hallo, Asteroid. Ich habe ich nicht gesehen. So ein bisschen mit zeitlich fliegen, die Schüssen auszuweichen. Aber dabei habe ich komplett diesen Asteroid übersehen. Na gut, ich hätte ja eine Warnung bekommen. Ein Proxys-Demail-Alarm. Wenn ich dagegen geflogen wäre. Ich hätte ja noch bremsen können. Komm. Geh drauf. Oh Mann, das regt mich auf, dass meine Waffensysteme am Arsch sind. Alter, Hit'n jetzt. Marsch-Systems-Overheating. Marsch-Systems-Overheating. Okay, Waff 5. Eigentlich sollten wir noch nicht so Probleme haben mit den Waffens. Es ist nicht gut, dass wir die schon hatten. 500 damage. Das Ding hat es gut getroffen schon. Na, jetzt verpüßt sich. Ich möchte nicht getroffen werden. Oh, oh, das ist ein Treffer, das ist ein Treffer dabei. Jetzt nicht mehr. Wow, 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 wow. Fuck you. Alter, wie hart sind die jetzt gerade drauf? Wow. Tschüss. Oh, fuck. Wir haben gut Schaden bekommen. Na, den kriegen wir auch noch ohne. Puh. Äh, ja. Irgendwie machen wir uns gerade die Waffensysteme. Also manche habe ich das Gefühl, mal ist die Waffensysteme härter, mal schwächer. Ich meine, wie gesagt, wir sind bis Waffensysteme 13 gekommen. Da hatte ich zu der Waffensysteme noch nicht so wirklich harte Probleme. Bin, glaube ich, mit Waffensysteme das erst mal gestorben. Jetzt sind wir hier schon bei Waffensysteme am Straucheln. Na, die haben auch schon in Waffensysteme drei Raketen geschossen. Das machen die normalerweise auch nicht. Also das ist schon irgendwie krass. Komm her. Komm her. Was? Ich habe mich aufgekratzt. Wow. Okay, wie immer. Beim Tod sagen wir einfach, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Light over and out. Ja.